Willkommen im Mastery Video. Hier wird dein Wissen auf die Probe gestellt. Gehen wir zur ersten Aufgabe. Wo sind die Fehler passiert? Wurde etwas vergessen? Pausiere das Video. Zur Auflösung. Zuerst wurde hier falsch gerundet. Hier muss abgerundet werden. Und dann wird daraus 7000 dividiert durch 10. Und das ist 700. Als nächstes ist ein Fehler bei der Berechnung des zweiten Zwischenrestes passiert. 2 mal 12 ist 24 und nicht 23. Dadurch ändert sich der Zwischenrest und die gesamte restliche Rechnung. Die 4 rutscht zur 1 und 12 geht in 14 nur einmal. Damit ändert sich beim Quotienten die 1 Stelle zu 1. Dadurch wird der Rest zu 2. Nun kommt ein sehr wichtiger Schritt. Dein Quotient ist 621. Vergleiche 621 mit dem Ergebnis deiner Überschlagsrechnung. Das Ergebnis der Überschlagsrechnung ist 700. 700 ist rund 80 größer als dein Quotient. Um also ganz sicher sehen zu können, dass wir richtig gerechnet haben, könnten wir nochmals nachrechnen oder die Probe machen. Ich mache die Probe. Hast du alle Fehler gefunden? Super, gut gemacht! Hier zum nächsten Beispiel. Berechne den Quotienten von 17305 und 75. Zur Auflösung. Hast du daran gedacht, den Quotienten mit dem Ergebnis der Überschlagsrechnung zu vergleichen? Also ist 230 nahe, beide 250? Ja, also wird unser Quotient richtig sein. Zur Sicherheit mache ich die Probe. Jetzt bist du am Ende des Lernzyklus angelangt. Danke fürs Mitmachen!